hallo hier ist der juiced heute mit nicht wirklich einem messer ja der lehmann rus er hatte ich glaube vor ein zwei drei tagen endlich mal wieder ein video rausgebracht und da hat er ja seine neuen sachen gezeigt die er so bei gewiss gewonnen hat hat sich von einem gewinn das waren ich glaube amazon gutschein hat er sich eine neue taschenlampe gewonnen also geholt sieht aus wie ein laser schwert richtig geil ja jetzt braucht er seine alte nicht mehr und hat einfach gesagt wer interesse hat meldet sich ja ich war wohl der erste ich hab sie gewonnen und kam heute an das paketchen und ich würde sagen glotzen wir mal rein dies ist übrigens ein messerchen was sich gerade bei mir in der testphase ja befindet warum das werdet ihr noch erfahren das muss ich nämlich ein bisschen da darf ich jetzt schon seit über einer woche in der absoluten benutzung und ich würde einfach mal gucken was es drauf hat bevor ich es euch zeige aber jetzt geht es hier rum ihr habt natürlich schon gesehen dass es auf war ich habe es aber ehrlich gesagt nur aufgemacht und dann habe ich mir da weiß ja was nee komm gucken wir gar nicht rein gucken wir mal einmal live rein habe ich dazu geklebt also ganz doof gesagt ich habe es noch nicht geöffnet zack scharfes zeug teil zwei ja perfekt jetzt habe ich zwei es werden mehr es werden definitiv mehr oh mein gott süßigkeiten von mass also das ist eins und zwar nicht gut für die figur aber irgendwie essen wir es doch alle immer wieder gerne immer wieder gerne süßigkeiten 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 und aha perfektionistisch blau blau ist er was haben wir hier hier aha eine led eine led eine led druckknopf gucken wir mal vorsicht so funktioniert perfekt 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 ja äh mein frauchen ist nämlich immer sehr unzufrieden wenn sie licht braucht in der küche klar man kann eine lichtwelle anmachen aber wenn sie mal irgendwas sucht oder so ich habe da noch so eine so zum kurbeln eine Taschenlampe und die werde ich jetzt ersetzen durch diese hier cooles ding blau ich bedanke mich beim lehmann russ ich werde ich kann euch leider nicht das video reinsetzen das mit der Taschenlampe weil er das raus genommen hat und zwar aus gründen der musik er hatte ich glaube ACDC war das die neue die neue cd und da hat er natürlich auch die musik im hintergrund abgespielt und er hat sich gedacht weiß was bevor ich da Ärger kriege nehme ich die raus darum werde ich euch nicht dieses video rein stellen ich werde euch definitiv in der video beschreibung ein video vom lehmann russ rein stellen guckt mal rein ist ein cooler typ wirklich ein cooler typ er hat mir auch schon gesagt dass jetzt mal wieder videos kommen er hatte ein paar ja ein paar private probleme ich freue mich immer wenn videos von ihm kommen soviel kann ich verraten und ich bin natürlich auch sehr gespannt Lehmann ich bedanke mich Messerchen kommt bald das war richtig geil wirklich ich finde die Dinger ich lass die zu ne aber ich finde die einfach irgendwie cool so das war es schon kurzes Unboxing einer Taschenlampe einer gewonnenen Taschenlampe perfekt so freue ich mich habe ich was Neues ich würde sagen bis zum nächsten Mal Tschö!